Ja, hallo, ich bin die Josefine Raab und wir machen jetzt zusammen einen Rundgang durch die Ausstellung Gute Aussichten, junge deutsche Fotografie 2013-2014. Hier sind wir gleich bei einer der ersten Positionen, Marianne Luft, The Aesthetic of the Political ist der Titel der Arbeit und hierfür hat er sich Graffitis gesucht, hat sie dann im Computer so weit verfremdet, dass sie überhaupt keine Inhaltlichkeit mehr haben und sie dann zu diesem wunderbaren, dreiteiligen, sehr farbrauschenden Bild zusammengebaut. Auf der anderen Seite ist die Arbeit von Stefanie Steinkopf, Manhattan Straße der Jugend und Manhattan ist in diesem Fall nicht in New York, sondern in Brandenburg und dort hat Stefanie Steinkopf in einer Plattenbausiedlung verschiedene Menschen besucht und ihr soziales Umfeld und ihre Existenz dort dokumentiert und beschäftigt sich damit natürlich auch mit dem Thema Armut in Deutschland. Hier stehen wir vor der wunderbaren Kaffeemaschine von Alvin Leif, von der wir allerdings nichts weiter sehen als einen schwarzen Kubus. Das berühmte schwarze Quadrat ist hier also nicht so sehr weit. Das ist der Kern von Alvin Leis Arbeit Mod.classic und bezieht sich wirklich auf die Kaffeemaschine, die hier drin versenkt ist und von der noch so ein bisschen Crema oben übrig ist. Die Fotografie taucht in dieser Arbeit nur noch in Form eines kleinen Begleitbuches auf, in dem er diesen ganzen Prozess des sich langsam füllenden schwarzen Kubus fotografisch dokumentiert. Nadia Bononville, A Conversion Act. Wir stehen hier vor ihren acht Medical Machines und einem ihrer wunderbaren Szenografien, in denen sie meistens selbst mitspielt. Sie beschäftigt sich ausgehend von dem Thema der Hysterie mit der Umwandlung seelischer Zustände in das Körperliche und entwickelt dazu allerlei kleine lustige Szenerien, wo hinter jedem Bild eine ganz spezifische Geschichte steckt, wo sie für die gesamte Serie ganz viele Bücher auch gelesen hat und sich wirklich ausgehend mit dem Thema beschäftigt hat. Aber man kann es auch einfach nur als kleine surrealistische, magische, träumerische Bildgeschichte lesen. Daniel Stubenvoll, saubere Arbeit, sehen wir hier. Und in der Tat sieht das auch alles sehr schön glänzend, glatt und sauber aus. Und bevor Daniel überhaupt erst mal angefangen hat zu arbeiten, hat er seine eigenen Kommilitonen dazu angestiftet zu arbeiten. Und davon ausgehend hat er dann seine eigenen Sachen gemacht. Ganz viel Konzept, ganz viel intellektuelle Lektüre. Und ich würde sagen, man muss sich echt darauf einlassen, damit man was versteht. Lieber Keuk hat für ihre Serie Coupé Courage, was so viel heißt wie Kohl und Mut, in der Peripherie von Lissabon Menschen fotografiert. Die versuchen, in irgendeiner Form in dieser riesigen Stadt Fuß zu fassen, indem sie einfach Land nehmen und das kultivieren. Und dort irgendwie Bohnen, Erbsen, Kartoffeln und alles Mögliche anbauen und dann ganz stolz diese Ernte nach Hause tragen und einfach irgendwas haben, wovon sie einfach leben können in einer Welt, die nicht wenig für sie bereithält. So, hier haben wir eine der fünf Landschaften von Anna Domnek aus ihrer Serie Calm 2. Hier beschäftigt sie sich mit dem Phänomen des Sich-Auflösens angesichts einer Landschaft, also das heißt ein Abstraktionsprozess, ein Transformationsprozess, das völlige Aufgehen in Landschaft und diese Landschaften mit einem extrem tief liegenden Horizont kombiniert sie dann mit ihren Figuren, um eben genau auf dieses Spannungsfeld zwischen Körper, Mensch, Landschaft, Betrachtung, Reflexion hinzuweisen. Hier sind wir mitten in der Promenade von Christina Werner, Sabamati River Project und sie war eingeladen nach Indien an einem Revitalisierungsprojekt teilzunehmen, einer Flusspromenade. Hier vor uns sehen wir eine wunderschöne Kassette mit Blättern der Pappelfeige, Pipal Tree, der später dann diese gesamte Promenade am Flussufer säumen wird. Das ist ein Teil ihrer vierteiligen Arbeit. Hinter uns sehen wir die sogenannten Snapshots, in denen sie statt Bildern Texte geschrieben hat entlang Entdeckungen und Beobachtungen entlang ihrer Promenade am Fluss und auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir eben wirklich die Betonbilder dieser Promenade. Beete Kaufmann, The Travelers, beschäftigt sich mit einem fahrenden Volk, das sich Pave oder The Travelers nennt, die größte Minderheitengruppe in Irland ist, eine extrem geschlossene Gesellschaft, streng getrennt in Männer und Frauen und es war sehr schwierig überhaupt, sich dort Zugang zu verschaffen. Das heißt, sie gewährt uns hier wirklich einen Blick in eine Gesellschaft, die extrem sich verbirgt vor unseren Augen und immer noch ihre Traditionen und ihre Riten lebt wie vor 100 Jahren.